Herzlich Willkommen auf Unbox Kings, in der heutigen Folge geht es um die Releases der aktuellen Woche. Casey Rebel, Hasso. Nach seinem Abgang bei Banger Musik meldet sich Casey mit einem neuen Album zurück. Der Albumtitel Hasso steht für Hasan, der Name seines verstorbenen Vaters Hasan Köksejen und auch gleichzeitig der Name seines Sohnes Hasan Köksejen, der zwölf Tage vor dem Tod seines Vaters geboren wurde. Hasso beinhaltet 14 Tracks, Features kommen von Capital Bra, Elias, Summer Jam, Vazel, UFO361, Contra K und Rav Camora. Das Album erscheint über sein neues Label Rebel Army und erscheint als CD und auch als Box. Zombies, Schande. Die verrotteten Fleischfresser wandeln wieder unter uns. Nach ihrem Debütalbum Gott ist Tod, welches Mitte 2018 rauskam, ist es nun an der Zeit für ein nächstes Werk. Das Release besteht aus zwei einzelnen EPs, Schande Buch 1 und Schande Buch 2, welche jede 5 Songs beinhaltet. Schande kommt mit 10 Tracks und beinhaltet jede Menge Features. Alleine auf dem Track Zombie Kalypse sind mehr als 20 Feature Gäste vertreten. Das Release kommt über ihr eigenes Label Schande und erscheint als CD und auch als Box. Eure Meinung zu den kommenden Releases würde uns natürlich interessieren, schreibt sie uns in die Kommentare. Darüber hinaus könnt ihr auch gerne oben rechts auf die Info klicken und dafür abstimmen, auf welches der Releases ihr euch am meisten freut. Alle Infos und Links zu den Alben findet ihr wie immer unter dem Video in der Videobeschreibung. Dort findet ihr dann auch die Links zu den jeweiligen Unboxings. Das war's für heute. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Passt auf euch auf. Ciao.